Willkommen zurück zu Hero Seed. Wir spielen mit der Mazone weiter, Schwierigkeitsgrad normal. Und wir sind jetzt Akt Nummer 5. Mittlerweile, der letzte Akt ging ja doch ziemlich gut. Schnell vorüber. Hoffen wir mal, dass es hier genauso laufen wird. Fängt schon mal ziemlich gut an. Da ist der erste Buffs schon da. Wir müssen auf die Fliegen aufpassen um einen rum. Weil die nämlich Damage machen. Nicht grad wenig. Nice. Erledigt. So, Map Nummer 2. Auch kein uraltes Monster, leider. Können häufiger da sein. Nice. Und schon der nächste Boss. Das ging schnell. Okay. Okay. Ich mag den Boss nicht so. So, Map Nummer 3. Wenn ich nicht falsch liege. Oh, auch kein uraltes Monster. Na gut. Gut. So, der nächste Boss ist wieder da. So, wenn der Boss geschafft ist, werden die nächsten zwei Maps ein bisschen interessanter. Okay. 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 Und dann geht's noch mal. Und dann geht's noch mal. Okay. So, die nächsten zwei Maps. Werden ein bisschen erschwert, da wir uns jetzt unter Wasser befinden. Und wir gleichzeitig das Problem haben, dass wir Sauerstoff brauchen. Sauerstoff generiert man durch diese Luftbläschen, die hier hervorsteigen. Das heißt, immer mal wieder während dem Movement rüberlaufen. Dann ist man relativ safe. So. Nächster Boss ist da. So. Nächster Boss ist da. So. Der Boss ist ein bisschen trickier, aber auch machbar. Immer mal gucken, was er macht. Und dann ist Hilfe von Zuckstabflkeln. So. Nächster Boss ist da. so das Unlustigste, was dieser Boss machen kann, aber er jetzt da down. Nice. Mal schauen, was er so droppt. Nichts, danke. Ah, okay, Boss. Relikt. Brauchen wir nicht. Aus Versehen eingesammelt, nicht schlimm. So, und das ist jetzt die letzte Map schon. Für diesen Akt. So, hier gibt es auch Gegner, die einen einfrieren können, deswegen muss man hier nochmal etwas extremer aufpassen. So, und ab zum Boss. Der Boss selbst ist nicht so schwierig. Würde ich jetzt behaupten. Ich fange darauf an, wie lange man braucht. Du bist doch ein Penner, Alter. Hast Charged the Cake auf mich los, Alter. Du Arsch. Naja, mit Sauen. Er ist down. 16,3 Millionen Leben ging ziemlich schnell. Und Legendaries. Nice. Sehr gut. So, erstmal schauen, was wir bekommen haben. Oh, wow, wir rennen die ganze Zeit mit blauen Handschuhen rum. Alles da. Gut. Equipment verkaufen. Sehr gut. Wir können die Level-Ups noch verteilen, wir haben noch mal ein paar bekommen. Und das war jetzt auch der fünfte Akt. Schwierigkeitsgrad normal. Noch zwei Akte, bis wir den nächsten Schwierigkeitsgrad freigeschaltet haben. Und den dann auch spielen werden. Das war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!